Ich möchte, dass die Kinder ins Internat gehen. Internat? Willkommen auf Lindenhof. Danke. Wir benehmen uns einfach so schlecht wie möglich. Gefeuert nach drei Wochen. Versprochen. Hanni und Nanni. Will man aus einem Gefängnis wie Lindenhof entkommen, bedarf es einer außerordentlich guten Vorgehensweise. Diese frechen Zwillinge spielen nicht nach den Regeln. Ihr zwei seid eine echte Herausforderung. Hanni und Nanni. Jetzt im Kino.